Haben wir uns womöglich etwas vorgemacht? Sicherlich werden Sie sich als Putin-Bücklinge diese Frage nicht stellen. Einige von Ihnen vermutlich auch nicht. Eine weitere Illusion, es kam gerade raus, ist die Lieferung von einer Million Granaten aus der EU. Sie sollte die Überlegenheit russischer Artillerie brechen. Tatsächlich wurden bisher 223.000 Stück geliefert. Und die Union weiß um die Gefahr einer solchen Eskalation. Denn sie schreibt, dass man der Ukraine vertrauen kann, genau dafür den Taurus nicht einzusetzen. Das Sterben zu beenden, wenn man Waffenstillstand macht und Verhandlungen mit Russland aufnimmt. Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Seit 20 Monaten tobt der Stellvertreterkrieg in der Ukraine. Und nun ist klar, was die AfD immer gesagt hat. Ihre Kriegsziele sind gescheitert. Mehr als 200 Milliarden Dollar westliche Unterstützung haben nahezu keine Ergebnisse erzielen können. Der Spiegel schreibt diese Woche, Zitat, Die Aussichten für Kiew sind düster, es mangelt an Waffen, die USA beginnen sich abzuwenden, und ein EU-Beitritt liegt in weiter Ferne. Auch die anderen Rechten des Westens sind nicht aufgegangen. Russland steht trotz immer größerer Sanktionspakete heute wirtschaftlich besser da als zuvor, vor allem aber besser als die EU. Die Kapazitäten der russischen Waffenproduktion übertreffen ihre Verluste bei Weitem und liegen über den Möglichkeiten der westlichen Staaten. Man hat uns einreden wollen, Chips aus Waschmaschinen und Geschirrspülern seien in großer Not ausgebaut worden, überhaupt Elektronik zur Verfügung zu haben. Alles das war Propaganda und gelogen. Russland hat laut US-Quellen in diesem Jahr die Produktion von Panzern um das Siebenfache, von gepanzerten Fahrzeugen um das Vier- und Halbfache, Artillerie um Zweifache und Munition um das Sechzigfache gesteigert. Eine 25. Armee und zusätzliche 350.000 Ressalisten stehen bereit, und Wagner ist jetzt Teil der Nationalgarte. Sie alle hier sind mit Ihrer rhetorischen Eskalation und der Lieferung immer schwererer Waffen, nicht nur krachend gescheitert. Sie haben auch wieder besseres Wissen, erhebliche Schuld an der letzten Situation. Eine weitere Illusion, es kam gerade raus, ist die Lieferung von einer Million Granaten aus der EU. Sie sollte die Überlegenheit russischer Artillerie brechen. Tatsächlich wurden bisher 223.000 Stück geliefert, großenteils aus dem Bestand und nicht aus der Produktion. Und sie kosten auch nicht 2.000 Euro das Stück, sondern 3.600. Und dabei wird es nicht bleiben. Russland produziert bisher 2 Millionen dieser 155-Millimeter-Granaten. Erinnern Sie sich, was die AfD vor 20 Monaten gesagt hat? Dass ihre Kriegsziele ausgehen werden, wie die angebliche Verteidigung der Freiheit am Hindukusch. Kabul lässt grüßen. Meine Damen und Herren, am Tage des Brigoschin-Putsches überraschte Jürgen Hart von der CDU im Radio mit der Aussage, nun ist alles möglich bis zum Auseinanderbrechen Russlands. Mit diesem Durchblick wird bei Ihnen Außenpolitik gemacht. Und mit Verlaub, auf diesem Niveau ist auch dieser Antrag hier. Der Ukraine zum Sieg verhelfen eine Weihnachtsliste von 33 Wünschen einer Welt fremder als der andere. Ich darf einen davon zitieren. Waffenlieferungen an die Ukraine verlängern nicht den Krieg, sondern die erhöhen die Siegfähigkeit und die Aussicht, das Sterben rasch zu beenden. Waffenlieferungen schützen Zivilisten wie Soldaten. Was für ein Zynismus angesichts der letzten 20 Monate! Wenn Sie dieser Ukraine helfen wollen, dann bewahren Sie Ihre Söhne davor, an Bushaltestellen und aus Nachtclubs von Greiftrupps an die Front gezwungen zu werden. Bewahren Sie sie davor, buchstäblich geopolitisches Kanonfutter zu sein in einem verlorenen Krieg. Mit Ihrem Poker-um-Minsk-Abkommen haben Sie nun eine ganze Generation Väter. Auf dem Gewissen wollte man der Ukraine die Zukunft nehmen, man hätte es nicht perfekter anstellen können. Und wenn Sie meinen, dass Taurus-Raketen das Blatt wenden, dann sage ich Ihnen, dann steht Kiew bald vor der selten Situation wie Gaza. Und das ist nur die harmlose Variante. 400.000 Tote sind genug. Es wird Zeit, dem Frieden und den Menschen auf den beiden Seiten wieder eine Chance zu geben, wie wir es immer gefordert haben. Bisher wurden Initiativen in dieser Richtung vor allen Dingen vom Westen verhindert. Zelensky hat sogar ein Dekret erlassen, welches Friedensgespräche mit Putin verbietet. Schluss damit! Es muss Friedensgespräche geben. Macron sagte das schon vor einem Jahr. Lassen wir die Menschen in den umkämpften Gebieten selbst entscheiden, wie sie zukünftig leben wollen. Der Wille zum Frieden und seine Notwendigkeit waren niemals aktueller als jetzt. Ihren Antrag lehnen wir ab. Und der Name dieses Tagesordnungspunktes ist ja auch schon korrigiert worden. Offensichtlich war Ihnen der ursprüngliche Name zu peinlich. Vielen Dank. Frau Präsidentin, Frau Wehrbeauftragte, geschätzte Kollegin Türk-Nachbauer, für den Antrag der CDU der Ukraine mit der Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern zum Sieg zu verhelfen, gibt es nur zwei logische Erklärungen. Option B A, der Verfasser dieses Antrags war in den letzten sechs Monaten auf Kur und hat sich zur Entschleunigung einer Auszeit vom Weltgeschehen gegönnt. Oder Option B, der Verfasser des Antrags ist eigentlich Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Meine Damen und Herren, Niemand kann nach diesem Kriegssommer unter gescheiterten Offensive der ukrainischen Streitkräfte ernsthaft noch so tun, als ob es ein bestimmtes Waffensystem gäbe, das an der festgefahrenen militärischen Lage etwas ändert. Das kann auch nicht der Taurus. Das kann nur Politik. Der Taurus-Marschflugkörper aber ist ein Waffensystem, das ein sehr hohes Eskalationspotenzial hat. Und das Letzte, was wir jetzt noch brauchen, ist Eskalation. Das sagt im Übrigen auch die Mehrheit der Deutschen. Die CDU weist in ihrem Antrag zu Recht darauf hin, dass die ukrainischen Streitkräfte damit tief ins russische Kernland feuern könnten. Militärisch gesehen macht auch nur ein solcher Einsatz Sinn. Der Taurus ist keine Waffe für die Front, sondern für Anlagen tief hinter der Front. Und die Union weiß um die Gefahr einer solchen Eskalation, denn sie schreibt, dass man der Ukraine vertrauen kann, genau dafür den Taurus nicht einzusetzen. Und an der Stelle irren Sie sich. Ein Land, das sich in immer stärkerer Bedrängnis bewegt und steht, sogar davor steht, den Krieg und damit alles zu verlieren, wird eine solche Zusage dann nicht mehr halten können. Das klingt hart, aber das ist Realpolitik. Meine Damen und Herren, die AfD erkennt seit Tag eins des Krieges das Selbstverteidigungsrecht der Ukraine an. Das gilt nach wie vor. Aber Recht haben und Recht bekommen, dass Sie trotz des Menschenleids lachen, ist beschämend. Steht in Realität oft zu zwei verschiedenen Dingen. Deswegen muss die Bundesregierung endlich dazu übergehen, einen Waffenstillstand zu unterstützen. Auch das fordert die AfD seit Beginn des Krieges. Der Antrag der CDU auf Lieferung von Taurus lehnt die AfD ab, weil er ein Brandbeschleuniger ist und nicht zur Löschung beiträgt. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Die ukrainische Gegenoffensive ist gescheitert, so Valery Salushny. Das ukrainische Militär hat immer größere Mobilisierungsschwierigkeiten. Über 600.000 wehrfähige Ukrainer haben sich vor der Front in ihrem Land in Sicherheit gebracht, indem sie in andere westliche Wände gekommen sind. Im inneren Zirkel der ukrainischen Führung zeichnen sich Auseinandersetzungen ab, weil Zelenskyj eisern daran festhält, Russland besiegen zu wollen und jegliche Verhandlungsbereitschaft in seinem Land verboten hat. Sein ehemaliger Weggefährte und jetziger Gegenspieler Arestowitsch sagt, Zitat, Ich bin überzeugt, dass eine Fortführung der Kämpfe sinnlos ist. Das bedeutet nur Dutzende und Hunderte neue Tote jeden Tag. Und daran kann keine Seite interessiert sein. Deshalb ist es an der Zeit, sich an den Verhandlungstisch zu setzen. Zitat Ende. Das sagt der wichtigste Mann, der mittlerweile immer mehr Menschen in der Ukraine hinter sich weiß und der auch Zelenskyj irgendwann ablösen wird. Für eine Beendigung der Kampfhandlungen schlägt Arestowitsch vor, dass die Ukraine zwar nicht auf die russisch besetzten Gebiete verzichten soll, sich aber dazu verpflichten soll, diese nicht militärisch zu erobern. Die Menschen in den besetzten Gebieten sollen diese verlassen können, alle Kriegsgefangenen ausgetauscht werden. Und dazu kommt man nur, das Sterben zu beenden, wenn man Waffenstillstand macht und Verhandlungen mit Russland aufnimmt. Weiterhin setzt sich Arestowitsch für Wahlen in der Ukraine ein, die sein Gegenspieler Salush Zelenskyj verhindern will unter Berufung auf das Kriegsrecht. Dieser Salush Zelenskyj ist genau das Gegenstück dazu, was Demokratie bedeutet. Er lässt seine Gegner teilweise sogar im Ausland ermorden, wie wir das wissen von der Tochter von Dugin. Er hat in den Ostgebieten in der Ukraine Tausende Menschen mitgeholfen, zerstören zu lassen durch die permanenten Angriffe auf die Separatistengebiete. Wir wissen, dass das so ist. Herr Abgeordneter, Ihre Zeit ist überschritten. Kommen Sie bitte zum Schluss. Herr Kanzler, das ist das Beste, was Sie machen können. Geben Sie diesen Kriegstreibern nicht recht, weder bei der CDU noch bei den Grünen. Herr Fahle, es macht keinen Sinn mehr. Herr Abgeordneter, ich habe das Mikro ausgestellt. Sie sehen ja die Zeit vor sich. Schauen Sie doch bitte hin, dass Sie in der Zeit bleiben. Sie sehen jede Sekunde Ihrer Redezeit. So, der letzte Redner in dieser Aussprache ist Dietmar Nietan für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben hier bis auf wenige Ausnahmen eine sehr sachliche Debatte geführt, weil, und da sind wir uns, glaube ich, einig, die überwiegende Mehrheit dieses Hohen Hauses ein gemeinsames Ziel hat, nämlich das, dass die Ukraine diesen imperialistischen Angriff der russischen Föderation zurückdrängen kann, und zwar in einer Art und Weise, dass am Ende die Ukraine auch gewonnen hat. Und wenn das so ist, dann ist es natürlich wichtig, sich miteinander darüber zu unterhalten, wo müssen Dinge noch besser werden, wo müssen sie schneller werden. Wo wären wir denn, wenn wir das nicht öffentlich debattieren? Aber ich möchte auch darauf hinweisen, dass wir, und das zeigt ja der CDU-Antrag durchaus mit seinen 33 Punkten feststellen müssen, wenn es darum geht, die Ukraine nachhaltig zu unterstützen, damit sie ihre Souveränität und ihre Freiheit bewahren kann, dann geht es mehr als um eine verengte Debatte, um ein einziges Waffensystem. Das hast du, lieber Roderich, ja auch gesagt. Und wenn das so ist, dann finde ich nicht, dass Jörg Nürnberger eine schlechte oder unangemessene Rede gehalten hat, sondern er hat eine andere Schwerpunktsetzung in der Bewertung, in der augenblicklichen Bewertung der Situation und eines Waffensystems gesetzt. Warum sage ich das nochmal an dieser Stelle? Weil wir ja feststellen, dass es die Feinde von Freiheit und offenen Gesellschaften in Europa nicht nur von außen gibt, in der Russischen Föderation, sondern auch von innen in unseren eigenen Ländern, und die besten Vertreter dafür sitzen ja hier ganz rechtsaußen, weil das so ist, sollten wir immer darauf achten, dass wir das, was uns eint, auch herausstellen und uns nicht auseinander dividieren lassen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das heißt dann auch, dass man solche Dinge auch, wie es Jürgen Trittin zu Recht gesagt hat, auch mal nach vorne stellt, dass die Bundesrepublik Deutschland nach den USA der zweitgrößte Unterstützer der Ukraine ist, dass wir jetzt die Militärhilfe verdoppeln. Das ist nicht nichts, aber das heißt natürlich nicht, dass wir uns immer wieder neu fragen müssen, reicht das, wo müssen wir besser werden? Und ich finde es auch wichtig, dass wir diejenigen, die davor warnen, immer nur mehr und schneller zu liefern, nicht einfach diskreditieren. Ich finde, es ist aller Ehren wert, darüber nachzudenken, wie viel können wir aus den Beständen der Bundeswehr abgeben, ohne dass wir die große Aufgabe vernachlässigen, jetzt auch das Zeitfenster zu nutzen, die NATO-Ostflanke verteidigungsfähig zu halten. Dafür braucht es auch die Bundeswehr und bestimmte Fähigkeiten und Waffensysteme. Und da reicht es nicht zu sagen, es sind noch so und so viele Dinge in den Beständen, gebt das mal alles, sondern da müssen wir Frieden und Verteidigung auch integriert denken. Und es darf kein Auseinanderspielen geben der Frage Verteidigungsfähigkeit der Ostflanke und Unterstützung der Ukraine. Und darum bitte ich Sie alle, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns an dieser Stelle kritisch-konstruktiv diskutieren, aber lassen Sie uns beieinander bleiben. Es ist ein Marathonlauf, die Ukraine zu unterstützen. Und wir wissen, wer beim Marathonlauf ungeduldig zu schnell losläuft, kommt nicht ins Ziel. Wir wollen aber alle gemeinsam ins Ziel kommen. Und dafür braucht es die kritische Diskussion, aber am Ende auch den Schulterschluss der Demokratinnen und Demokraten. Herzlichen Dank.